Hi Leute, was geht ab? Heute gibt es ein neues Workout von mir und zwar ein 20 Minuten Full Body Extreme. Das heißt, wir trainieren unseren ganzen Körper, die Brust, Rücken, Bauch und die Beine. Insgesamt machen wir drei Runden, machen jeweils eine Minute Pause dazwischen und ansonsten hustlen wir richtig durch. Geht auf jeden Fall alles, dann werdet ihr auf jeden Fall belohnt. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt legen wir los. Let's go! Okay, wir beginnen jetzt mit dem Warm Up. Ich wünsche euch viel Spaß. 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 Ich wünsche euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch. 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 Das war's. Workout beendet. Ich schwitz unnormal. Boah. War das anstrengend. Ich glaube. Ich wünsche euch. jeden Fall noch einen schönen Tag. Genießt die Workouts, habt Spaß daran und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ich würde mich wahnsinnig über euren Post und Support freuen. Ich wünsche mir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!